Okay Leute, dass die Reaktion so heftig ausfällt, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, als ich gestern dieses Video hochgeladen habe, aber ihr habt abgestimmt, ich würde mal sagen über 11.000 Likes, das ist eine klare Ansage von euch zum Thema The Great Reset, zum Thema Klaus Schwab und zu einigen anderen Dingen, die es dazu noch zu lernen gibt. Also werde ich noch einige weitere Videos auch dazu machen, aber keine Sorge, ich vermische das Ganze natürlich hier auf diesem Kanal mit auch anderen spannenden Themen, natürlich immer wieder auch Finanzthemen, weil tatsächlich natürlich Aktien und Börse auch ein wichtiger Teil meines eigenen Berufes ist und auch meines Hobbys, ganz klar. Aber auch zum Beispiel solche Sachen wie die Twitter-Files, falls es euch interessiert, also da habe ich auch einige richtig interessante Dinge und vieles kriegt man ja in Deutschland eigentlich nicht so wirklich mit, wenn man nicht auch internationale Presse beispielsweise liest und deswegen werde ich glaube ich auch zu diesem Thema mal was Spannendes machen. Aber jetzt ja, ich habe mich gerade schon eben so in Grund und Boden geärgert. Warum? Ich habe gerade ein 45 Minuten langes Reaktionsvideo aufgezeichnet für euch und zwar zu diesem Video von BR24, Klaus Schwab und der Great Reset, was passiert wirklich dem Faktenfuchs. Und dann habe ich dieses Video hochgeladen, aber dieses Video wurde dann wegen einer Urheberrechtsbeschwerde gesperrt. Ich hätte es also euch nicht anzeigen können, deswegen habe ich es wieder runtergenommen, aber ich wollte trotzdem dazu ein Video machen, das lasse ich mir nicht verbieten. Dann halt eben nicht als Reaktionsvideo, es wäre wahrscheinlich eh viel zu lang geworden, aber ich empfehle euch jetzt mal einfach dieses Video hier anzuschauen und warum finde ich es so wichtig, bevor ich jetzt zum Beispiel über andere Dinge noch von The Great Reset selber und so weiter rede, weil ich finde man sollte sich auch mal so ein bisschen mit der ganzen Berichterstattung über etwas auseinandersetzen und das will ich auch hier unter anderem mit diesem Reaktionsvideo tun. Denn hier in diesem Video wird gesagt, es gibt alle möglichen Verschwörungstheorien zu The Great Reset und die werden wir jetzt hier anhand von unserem Faktenfuchs widerlegen. Und wenn man sich jetzt das ganze Video mal anschaut, auch zum Beispiel wenn man davor meine beiden Videos oder andere berechtigte Kritiken zu The Great Reset und so weiter durchgelesen oder angeschaut hat, dann wird man merken, dass außer dem Fakt, dass Klaus Schwab jetzt eben nicht einer geheimen Sekte angehört, wo man alle diese Robe tragen und so weiter, kein einziger Fakt aus diesen Kritiken widerlegt wird. Weder das, was zum Beispiel der Maaßen anspricht zum Thema Sozialismus, noch andere Politiker, die sich kritisch dazu äußern, weil sie sagen, es heißt in diesem Buch eben auch gewünscht wird, dass man eben einzelne planwirtschaftliche und antiliberale Maßnahmen durchsetzen möchte. Und all diese ganzen Themen werden in diesem Video in keinster Form aufgegriffen. Und das ist so ein bisschen auch so der Trick, über den ich heute so ein bisschen auch mit euch reden möchte. Das ist mir schon häufiger aufgefallen bei verschiedenen so Faktencheck-Videos oder so, die man eben hier in diese Richtung macht, dass man sich erstens so ganz banale und einfache Dinge raussucht, die man dann widerlegt, um dann eben die gesamte Kritik an einer Sache so ein bisschen zu relativieren oder eben unglaubwürdig zu machen. Also dann nimmt man sich zum Beispiel das raus und sagt, ja, der hat, schaut mal hier, der hat diese Robe und das ist angeblich von so einem Geheimbund und so weiter. Das ist auch alles so ein bisschen so dargestellt, als wäre das so eine Sendung für irgendwie so unter 16-Jährige oder so. Als müsste man das jetzt nochmal genau alles erklären, ja. Und dann wird gezeigt, aber diese Universität in Litauen, die vergibt allen Ehrendoktoren eben diese Robe. Das ist also nicht ein Zeichen, dass Klaus Schwab irgendeiner Verschwörungssekte angehört, die die Weltherrschaft in Angriff nehmen will, sondern es ist einfach nur ein Teil von dieser Universitätszeremonie. Ja, aber das ist doch auch nicht der Hauptkritikpunkt an The Great Reset. Ich stelle mir manchmal vor, dass die tatsächlich glauben, dass es Menschen gibt, die dann so ein Buch lesen und dann sagen so, ja, Klaus Schwab, der steht dann so über so einem Globus und sagt so, das wird alles mal mir gehören und so weiter. Also das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich mir auch ehrlicherweise Klaus Schwab vorstelle, aber dass er immer mehr Machtkonzentration propagiert in diesem Buch, dass er nicht nur liberale Werte vernachlässigen will, sondern dass er sogar antiliberale Gesetzmäßigkeiten etabliert hätte, ja, die eben auch dafür sorgen, dass es keinen Wettbewerb mehr und so weiter geben wird, das steht alles genau so in diesem Buch drin. Und auch was den sozialen Vertrag und so weiter angeht und dass das Individuum weniger Eigenverantwortung hat und der Staat mehr Macht bekommt, dass der Staat auch, was die Monetärpolitik angeht, eine freie Hand bekommt in dem Ausgeben von Geld in jeglicher Hinsicht. Und wenn dann eine Inflation kommt, der Staat einfach halt die Steuern erhöhen kann und so weiter und eben Monetärpolitik von Fiskalpolitik nicht mehr getrennt wird und so. All diese ganzen Dinge, da wird in diesen Videos nie so wirklich drauf eingegangen. Und das ist so dieser erste Trick, wenn zum Beispiel jetzt du mich irgendwie mal kritisierst für irgendetwas und dann suche ich mir etwas ganz Banales raus, um von dem eigentlichen Kernkritikpunkt abzulenken, ja. Das nennt man auch Strohmann-Argumente. Das ist einfach ein Strohmann, mit dem hier auch gearbeitet wird. Und so ein anderer Punkt, da muss ich an dieser Stelle sagen, das wird zwar in diesem Video jetzt fairerweise nicht zu intensiv betrieben, aber sehr häufig wird es auch so gemacht, dass man einen Kritiker in eine gewisse Ecke drängen möchte. Ich weiß nicht, ob euch das in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen ist, ja. Also mir ist es aufgefallen, dass, wenn ich jetzt so Videos zu diesem Thema mache, irgendwie von manchen Leuten dann irgendwie als Rechtspopulist bezeichnet werde oder eben als AfD-nah oder was auch immer, ja. Und ich denke mir dann immer so, okay, also meine Aussage, die ich eigentlich tätige, die ist jetzt für dich zu anstrengend zu widerlegen. Also da müsstest du ja selber anfangen nachzudenken und darfst nicht mehr so denkfaul sein. Also du müsstest selber wirklich dir überlegen, hm, was hat der eigentlich genau gesagt? Damit ich das verstehe, was er sagt, muss ich mir selber erstmal ein paar Stunden Zeit nehmen, um das eigentliche Buch zu lesen. Sonst weiß ich halt einfach gar nicht, worum es eigentlich geht. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen nachrecherchieren, muss mir die ganzen Kritikpunkte einfach mal durchlesen und muss mich damit beschäftigen. Und da ich das ja irgendwie nicht will oder keinen Bock habe, diffamiere ich einfach die andere Person oder stelle sie in eine rechte Ecke oder in irgendeine andere Ecke, weil dann weiß man ja, hey, jeder, der mit diesem und diesem Menschen zu tun hat, der kann nicht wirklich seriös sein, der kann man nicht wirklich ernst nehmen und dann muss ich mich mit dem eigenen Argument gar nicht irgendwie auseinandersetzen. Und das wird hier am Ende dann doch schon etwas mehr dann auch getan, so gerade wenn dann gesagt wird, ja, es gibt auch antisemitische Verschwörungstheorien zu The Great Reset und so, ja, von Leuten, die sagen, es ist eine jüdische Weltverschwörung und so. Ja, kann durchaus sein, dass irgendwelche Leute sagen, es ist eine jüdische Weltverschwörung, aber es ist doch nicht mein Problem, was irgendwelche anderen Leute sagen und wenn die das sagen und ihre Kritik haben, ist das ihr Problem. Also stell die dann in die Ecke, in die du sie stellen willst von mir aus, ja. Aber ich habe eben meine eigene Kritik an diesem Werk und das ist sozusagen nichts, für das ich mit anderen Menschen irgendwie in Verbindung gebracht werden muss, sondern da kann man sich einfach die eigenen Argumente anschauen und gucken, okay, ist das faktenbasiert, kann ich das widerlegen, wenn ja, wie, dann mache ich das, ja. Und jeder, der irgendwie inhaltliche Argumente mir nennen kann und sagt, hey, du hast hier nicht ganz recht oder du hast hier nicht richtig recherchiert, hey, cool, komm sofort her damit, ich pinne deinen Kommentar ganz oben bei YouTube an und schon gebe ich im nächsten Video zu, dass ich hier was falsch recherchiert habe. Darum geht es mir in der heutigen Zeit, ja. Und hier wird am Ende sogar gesagt, dass solche Verschwörungstheorien wie bei The Great Reset sogar demokratiefeindlich werden, ja, weil nämlich, wenn man sowas sagt, ja schon feststehen würde, dass sozusagen die Leute um Klaus Schwab und andere Regierungsfunktionäre und so weiter schon alles entschieden hätten und es gar keinen Einfluss mehr hätte, was man an der Wahlurne und so weiter macht, ja. Nun ja, dazu kommen noch ein paar andere Videos auch zu den ganzen Twitter-Files und so, über die ja auch nicht wirklich sehr intensiv hier berichtet wird. Da muss man sich schon die internationale Presse anschauen, um zu gucken, was da alles abgelaufen ist. Und ja, wie zum Beispiel auch die beiden, damals, ja, das Biden-Wahlkamp-Team und so weiter und Twitter, ja, ausgenutzt wurde, um zu zensieren, den Artikel, der den Hunter Biden, aber auch sein Vater Joe Biden wahrscheinlich in ernste Bedrängnis gebracht hätte im Wahlkampf und viele Amerikaner wahrscheinlich sich anders entschieden hätten, ja. Nichts mit Verschwörungstheorie, das wurde alles veröffentlicht, ja. Und es wurde halt einfach zum Beispiel gehindert, dass man diesen Artikel der New York Post damals, ja, teilen durfte bei Twitter, weil die einfach gesagt haben, ja, das sind wahrscheinlich Fake News aus Russland und so. Ja, waren aber keine Fake News, sondern alles hat sich im Nachhinein als richtig sozusagen herausgestellt. Dazu aber, wie gesagt, kommt noch ein Extra-Video. Was ich einfach nur sagen will, dass es definitiv nicht demokratiefeindlich ist, Kritik zu üben und sich inhaltlich mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern was tatsächlich kritikfeindlich ist oder demokratiefeindlich ist, meiner Meinung nach, ist, wenn man einfach Dinge nur an der Oberfläche als etwas Banales abtut oder nicht ernst nimmt und die Kritiker einfach diffamiert, ja, und dann irgendwie sagt, so, jetzt seht ihr, wir haben ganz toll das Ganze mit Fakten widerlegt und so, ja. Und noch schlimmer sind dann natürlich dann solche Videos wie hier von diesem Walulis oder wie auch immer der heißt, ja. Das ist halt dann eher so eine Art Satirebeitrag, der auch dann noch so darauf abzielt, sozusagen Leute so ein bisschen dumm darzustellen, die eben an irgendwelche Verschwörungstheorien rund um Klaus Schwab und so weiter glauben und so, ja. Aber das ist halt erstens leider nicht witzig und ich bin echt ein witziger Typ. Also ich liebe gute Witze, ich gucke auch gerne Comedy-Shows und alles Mögliche, aber das ist halt einfach nicht witzig, leider und informativ erst recht nicht, ja. Und damit tut man dem Ganzen eigentlich nicht wirklich so einen Gefallen und deswegen vielleicht, ich darf ja das Video sozusagen hier nicht wiedergeben wegen Urheberrecht und so, ja. Und da sind die natürlich immer ziemlich penibel, ist ja auch alles schön und gut von mir aus, ja. Aber vielleicht darf ich ja den Kommentar lesen, ohne dass das dann gelöscht wird. Und diesen Kommentar, den fand ich dann wirklich super, ne, von Fischer67 und zwar, sehr geehrtes B24-Team, jetzt habe ich mich durchgerungen, Ihnen bis Minute 18 zuzuhören und habe von Ihnen außer zum Thema Verschwörungstheorien nicht wirklich etwas zum Inhalt des Great Reset vernehmen können. Und das finde ich dann wirklich auch immer so interessant, ja. Die laden dann zwei, drei irgendwelche Wissenschafts- und Politikwissenschaftler ein, die dann in dem Video noch erklären, was eine Verschwörungstheorie ist. Das ist eine ganz berühmte Taktik, dass man da das und das und das macht so, statt einfach zu sagen, Junge, das ist die Kritik am Buch und hier dran könnt ihr sehen, dass diese Kritik inhalts- oder substanzlos ist. Aber es wurde nicht die Kritik von Maaßen oder so zum Thema Sozialismus aufgegriffen und widerlegt, sondern es wurde dann irgendein Wissenschaftler eingeladen, der irgendeinen Quatsch erzählt von wegen, was eine Verschwörungstheorie ist und so und die Zuschauer so ein bisschen behandelt, als wären sie kleine Kinder so und die wüssten nicht halt, was Sache ist, ja. Aber er schreibt hier ganz richtig, dies ist bedauerlich und einseitig, auch wenn ihre Ängste in Bezug auf sogenannte Verschwörungstheorien nachempfinden kann. Es mag wohl auch sein, dass die ein oder andere Gruppierung auf einen Zug aufspringt, ja. Dies heißt jedoch nicht, dass kein Zug in Bewegung ist, ja. Das ist sehr gut gesagt, ja. Es wäre wünschenswert, wenn sie diesem Zug Beachtung schenken könnten. Diesbezüglich lässt ihre Recherche für mich vieles vermissen. Dabei sind sie es doch, die Journalisten, die dem Thema Recherche zugewandt sein sollten. Inabhängig davon scheinen sie das Thema Macht und Machtkonzentrierung zu umgehen oder nicht wahrnehmen zu wollen, ja. Das ist auch so ein Punkt in dem Buch, in dem Video mit dem Thema Sozialismus, wo sie sagt, ja, der Sozialismus ist ja in Amerika und in Kanada immer schon ein Feindbild und so weiter. Da lächelt sie dann noch so ein bisschen darüber auch. Und ich muss immer wieder auch sagen, so, der Sozialismus ist nicht irgendein Feindbild in Amerika oder so, sondern der Sozialismus ist eine menschenverachtende Ideologie, die mit aller Macht bekämpft werden muss. Und es ist nicht irgendwie eine sinnvolle Alternative zum Kapitalismus oder so, ja. Sozialismus bedeutet maximale Machtkonzentration in den Entscheidungshänden von wenigen Personen, die planwirtschaftlich und zentral orientiert alles planen, was du konsumieren darfst, was du produzieren musst, wer du wo, wie, was zu arbeiten hast und so weiter. Und das ist auch immer der direkte Weg in eine Diktatur und Tyrannei. Deswegen funktioniert das auf Dauer auch nicht, weil eben genau, wie es auch Klaus Schwab ja uns versucht weiß zu machen, wir sitzen alle in einem Boot und so weiter und er ist wahrscheinlich der Käpt'n, ja, oder irgendein anderer von seinen Leuten ist der Käpt'n, ne. Aber wenn wir jetzt alle sagen, nö, wir machen unser eigenes Boot, wir sind freie Menschen, wir bauen unser eigenes Boot und wir wollen nicht bei euch mitschwimmen, dann werden die natürlich sagen, ja, aber die ganze Welt gehört in dieses Boot und ob ihr wollt oder nicht, ihr müsst jetzt mitmachen, sonst machen wir es halt mit Gewalt. Und so ist das immer bei jeglicher Sozialismusfantasie immer schon gewesen. Deswegen einfach nur in die Geschichte schauen, die unterschiedlichsten Beispiele, ob aus Afrika, ob aus China, ja, da komme ich aus dem Globus drehen, gar nicht mehr heraus. So viele Beispiele kann ich euch nennen, wo der Sozialismus überall in der Tyrannei und im Tod von Millionen, Hunderten von Millionen von Menschen geendet ist, wie auch in China beispielsweise unter Mao und so weiter. Und die kommen dann hier mit so einer lapidaren Erklärung, ja, es war nur so ein bisschen Sozialismuskritik aus Amerika und aus Kanada und so weiter und so fort, ja. Einfach mal das Buch auch gerne lesen von Friedrich Hayek, ja, Der Weg zur Knechtschaft, Road to Serfdom, richtig gutes Buch, ja. Und viele Leute haben auch in der heutigen Zeit keine Berührungspunkte mehr richtig mit dem Sozialismus und so gehabt, ja. Also diese Moderatorin zum Beispiel ist auch, die dann später noch kommt, auch ziemlich jung wahrscheinlich und die können das wahrscheinlich im Einzelnen auch so gar nicht so richtig nachempfinden, ja. Ich persönlich, ich bin zwar nicht im Sozialismus geboren worden, ja. Aber ich bin 1985 geboren, wo es eben noch die Mauer gab. Die wurde dann vier Jahre später irgendwann eingerissen. Und mein Onkel damals, der wohnt in einer Eiklinike in Berlin-Ost, ja. Und wir sind ihn besuchen gefahren und sind immer dann durch die Mauer sozusagen gefahren. Und wir haben die Mauer noch mitbekommen und so. Und mein Vater ist mit 21 Jahren, Ende der 60er Jahre, aus der DDR geflohen nach Westdeutschland. Mit 21 Jahren. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen, warum flieht ein 21-Jähriger aus der DDR? Ist der irgendwie lebensmüde oder was? Warum macht der das? Der riskiert sein Leben. Ja, naja, weil eben Sozialismus nicht einfach nur bedeutet, der Staat legt fest, was produziert werden darf. Sondern der Sozialismus schränkt dein komplettes Leben ein und ist eine Diktatur, ja. Und wer das irgendwie runterspielt, der hat einfach davon keine Ahnung, ja. Und ja, übrigens ist er dann neun Monate im Gefängnis gewesen, weil er nämlich erwischt wurde. Und dann haben sie ihn gnädigerweise doch in den Westen entlassen danach, ja. Ist eine spannende Geschichte. Aber da ist mein Vater echt ein Held, was das angeht. Und das, vielleicht habe ich diese Freiheitsgene von ihm dann geerbt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das ziemlich gut mitbekommen und ihn schon oft gefragt danach. Und er hat mir schon viel erzählt darüber, wie es in der DDR und so weiter war. Und nein, ich will das einfach nicht haben. Egal in welcher Form, egal ob man es demokratischen Sozialismus nennt oder wie auch immer man es nennt. Ich will es einfach nicht haben. Und wenn ich es sehe, dann erkenne ich auch, ja. Ihr könnt das umschreiben, wie ihr wollt. Ja, ich sehe sofort, wenn da Sozialismus draufsteht, sofort, ja. Da habe ich so einen Fühler, einfach so ein Bullshit-Radar und sofort, wenn ich da irgendwas sehe, bumm, dann schlägt der an. Und das ist die berechtigte Kritik, die ich an diesem Buch habe, die auch Maaßen hat und die auch andere Politiker und andere Leute haben. Und wenn man da jetzt nicht drauf eingeht, sondern das irgendwie abtut als irgendwas Unsinniges oder Lächerliches und so, dann tut man der Sache erst recht keinen Gefallen, ja. Deswegen vielleicht an dieser Stelle einfach mal selber drüber nachdenken. Und ihr, liebe Zuschauer, ja, tut euch doch auch mal den Gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann den, ich will nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie den Weihnachtsbraten oder andere Sachen verderbt, ja. Deswegen, auf eigene Gefahr könnt ihr euch jetzt das Video von denen, ich verlinke es euch unten drunter mal anschauen. Wie gesagt, meine Reaktion leider ja nicht uploadbar. Uploadbar, aber dafür habt ihr jetzt ein wesentlich kürzeres und prägnanteres Video von mir nochmal zusammenbekommen. Das ist eh besser, als wenn das dann irgendwie immer zu lang wird. Ich will euch gar nicht weiter hier abhalten, aber ich habe noch viele, viele andere spannende Themen, die auf diesem Kanal hier natürlich neben auch den Aktien- und Finanzthemen hier behandelt werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du den Kanal hier abonnierst. Darüber freue ich mich sehr. Und ich habe mich auch sehr gefreut über euer hohes Interesse. Auch wenn ich jetzt nicht auf jeden Kommentar geantwortet habe. Ich lese mir sehr, sehr viele Kommentare durch und habe mich echt riesig gefreut, dass es so gut bei euch angekommen ist. Und ich bedanke mich bei den ganzen zahlreichen neuen Abonnenten, die jetzt hier gekommen sind. Weil auch für mich ist ein Risiko wahr hier, solche Themen zu behandeln. Und sich ja auch viele Leute beschwert haben, dass ich darüber rede und nicht einfach bei meinem Finanzcontent und so weiter bleibe. Aber wenn halt der Sozialismus da ist und so weiter, dann kannst du so viel deine Aktien anschauen und wie du willst, die gehören dann nicht mehr dir. Dann hast du vielleicht noch irgendwo, wo haben wir hier die Aktien rumliegen überall. Dann kannst du dir noch die alten Aktien sozusagen anschauen und immer die alte Zeit sozusagen genießen und sagen, Oh, das war doch toll damals, wo ich noch Aktien hatte und du hast so die Aktien vielleicht immer noch, aber sie gehören halt dir nicht mehr. Kannst du einfach das Papier angucken und kannst dich irgendwie freuen. Aber deswegen, es sind einfach wichtige Themen. Und Herrgott nochmal, dann werde ich sie halt eben auf diesem Kanal behandeln. Und von daher ist es natürlich aber immer ein Risiko, dass das eben, wenn man so einen Umschwenk macht, dass das nicht gut ankommt. Und ich bin umso froher, dass es halt viele neue Zuschauer gibt, die das aber trotzdem gerne anschauen. Jetzt aber genug der Lobhudelei hier. Jetzt genießt euer Weihnachtsfest und wir machen das Gleiche und lassen uns hier nicht aus der Ruhe bringen, würde ich mal sagen. Also bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.